Why Manchester United paid 80 Millionen für Harry Maguire. 80 Millionen für Harry Maguire. Digga, manche übertreiben da auch, Alter. Ist zwar schön und gut, ist lustig, aber... Digga, es kann doch nicht sein, dass der Morddrohungen bekommt und sowas, Alter. Das ist ja komplett übertrieben, was manche Leute da machen. Also von sowas halte ich mich komplett fern, was diese ganzen Leute da machen. Man muss, man darf da absolut nicht übertreiben. Auch wenn er im Flop im Fußball ist. So in Lee. I like it. Harry Maguire! It's Harry Maguire! Thank God. Wie verteidigt er da? Expectation. Expectation, wie man es erwartet. Reality. Die Musik. What was this? Und dann rutscht er auch noch aus. Der hat eine Beweglichkeit von 20. Und dann bleibt er da einfach so liegen. Boah, ja, okay. Boah, ja, okay. Was eine starke Grätsche, Bruder. Boah, ich komm noch auf nicht klar, ne Ich komm noch auf nicht klar, ne Und dass der immer noch Stamm spielt Ich kann nicht mehr, Digger Genau vorgelegt Ey Leute, das ist doch nicht normal, ne Wirklich, das ist doch nicht normal Und der verletzt dann auch seine eigenen Spieler, ne Ronaldo mit Kopf Dann Pogba mit Scorpion Kick Maguire, Sigma Compilation Oh mein Gott Aber warte mal, wie dumm ist bitte Der Spieler gerade, wer war das? Bernardo, warum hat der nicht selber geschossen? Ist der dumm? Wieso spielt der denn von Anfang an? Take down your enemy at all costs Hey, wo tritt der hin? Guck mal, wo der hintritt, bitte Was macht der da? Ey, ich komm noch auf nicht klar, ne Bruder, bei Gott Ich spiele besser Fußball Gib mir die Kondition Ich spiele besser als der Take down your enemy at all costs Ich hab keine Ahnung, wie der bei Seinem Verein davor gespielt hat, ne Aber Bruder, was der da gerade Abliefert Das ist der Wahnsinn Guck mal Take down your enemy at all costs Trotzdem Der tritt dem nochmal in die Eier What? Maguire Error Compilation Boah Bruder Bruder, was ein Pass Boah, super verteidigt, ehrlich Digga, wie der da stehen bleibt Ich komm nicht klar Ich schaff meine Mutter Ich komm nicht klar gerade Was seh ich hier? Das ist Kreisliga Niveau Ey, ist das gerade sein Ernst? Warte mal Okay, das ist jetzt Das Das bringt die Messlatte Bruder, der steht hier Der steht Guck mal Ihr könnt das gerade nicht sehen Meine Facecam ist Der Spieler steht hier Wo passt der Ey, das ist unglaublich Digga, wie der da verteidigt Bitte Digga, ich lerne in der D-Jugend Dass man zum Ball hingeht Und nicht vom Ball weg Wirklich, das haben so viele Leute mehr verdient Profi zu werden, ne Die so gut Guck mal, der fällt einfach um Wie eine Bahnschranke Guck mal bitte, wie der da umfällt Ich glaube, das ist ein Prank Was der da abzieht Ehrlich Vor allem das Schlimmste ist Okay, der soll das einmal machen Und dann ausgewechselt werden Und nicht mehr von Anfang an schwingen Aber Bruder, der macht so Fehler Und spielt weiterhin von Anfang an Nur weil der der scheiß Kapitän ist Warum ist so einer Kapitän, Digga? Wahnsinn, ey Es wäre noch zehnmal schlimmer Wenn dadurch wirklich Tore entstanden wären Guck mal, der passt den einfach zurück Der passt den einfach zurück Starke Stellungsspiel auf jeden Fall Sehr stark Der wird wieder Haupts genommen Ich bin wirklich fassungslos Ey, ich bin fassungslos Was machen die da? Der rennt gegen seine eigenen Mitspieler Ich hoffe, das kommt noch Wurde die Spieler verletzt Puder Ey, das ist Ey, sorry Es tut mir leid, Leute Es tut mir wirklich leid, ne Aber wenn dieser Flop Sorry, dass ich das so sage Am Wochenende gegen Arsenal In der Startaufstellung wieder steht Bruder, dann flippe ich aber aus, Alter Wenn ich das sehe Und es hört einfach nicht auf Es hört nicht auf Demnächst auf Netflix Maguire der Fußballprofischwindler Wie kann man so schlecht verteidigen, bitte, Leute Wie kann man so schlecht Ey, Bruder, was war das schon wieder, ey Und der spielt von Anfang an Take down your enemies At all costs Ey, man hört dieses Video auf, Alter Ich krieg die Krise Ich krieg wirklich die Krise, Alter Ich krieg mehr Aggressionen als gerade in der Weekend League Wenn ich das sehe Wenn ich das sehe Dass so einer Fußballprofi ist Und mehr verdient Als wir hier alle zusammen Die gerade diesen Stream Und dieses Video gucken Das ist Wahnsinn Hat er nicht verdient, in meinen Augen Für so eine scheiß Leistung, die der da bringt Spiel 1, 2, Spiel 5 Spiele Scheiße, okay Sagt niemand was Kann jedem passieren Ja, Bruder, wie der Was der für eine Serie hat Von scheiße spielen Weiß ich gar nicht Was da los ist Boah, starker Ball Boah, und dann noch Nationalmannschaft Dann noch Nationalmannschaft Schieß einfach Schiri ab Ich komm nicht drauf klar, Digga Ich komm nicht drauf klar, Alter